Yo, Fanos, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich wirklich kaum gute Neuigkeiten für euch, je nachdem wie ihr das Ganze seht. Denn wir wissen endlich, was jetzt abläuft mit Kang the Conqueror. Wir haben einen finalen Entschluss bekommen, heute steht wirklich die endgültige Antwort fest. Um es kurz zu machen, Kang the Conqueror ist offiziell raus. Das war es jetzt offiziell mit Jonathan Majors und seiner großen Starrolle, denn Marvel hat ihn jetzt offiziell gekündigt. Was alles genau abgelaufen ist, wie es zu diesem Moment gekommen ist und was jetzt eben mit der Rolle und dem MCU passieren wird, besprechen wir natürlich heute. Bevor natürlich wie immer, vergesst auf gar keinen Fall ein Abo dazu lassen, falls ihr dies auch nicht getan habt. Um alle großen News rum, das MCU auch nicht mehr zu verpassen. Nun, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Wenn ihr wirklich aktiv im MCU seid und versucht euch über alles immer zu informieren, so gut es geht, dann habt ihr sicherlich mitbekommen, dass es große Probleme gab mit dem Schauspieler von Kang the Conqueror, Jonathan Majors. Da er wirklich in eine brenzlige Situation gelangt ist und jetzt seit Monaten wirklich schon vor Gericht steht, aufgrund von Belästigung und so weiter und so fort. Das Ganze ist wirklich eine ganz wirre Geschichte zusammen mit irgendeiner Frau, mit der er mal etwas zu tun hatte. Und wegen diesen ganzen Vorwürfen, die er eben bekommen hat, hat er all seine Jobs verloren, weil jede Produktion sich so schnell wie möglich von ihm entfernen wollte, weil jeder ihn noch als Last gesehen hat, obwohl er der Nummer 1 Rising Star in Hollywood für eine kurze Zeit war. Und vor allem Marvel, die ihre komplette Hoffnung in diesen Schauspieler und dessen Charakter gelegt hat, war es natürlich mega wichtig, dass das Ganze gut ablaufen wird. Weshalb Marvel auch das Klügste gemacht hat, was man da wohl machen kann und bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ein einziges Wörtchen rausgelassen hat, was diese ganze Situation rund um Jonathan Majors angeht, weil sie kein fälschliches Statement raushauen wollten, bis wirklich klarifiziert wurde, was denn eigentlich passiert ist und ob dieser Mann auch wirklich schuldig ist. Nur nach etlichen Monaten Verhandlungen und nach den tausenden Beweismitteln anscheinend gesucht wurden, hat das Gericht so gesehen einen Entschluss getroffen und jetzt Jonathan Majors offiziell auch für schuldig ausgesprochen. Genauer gesagt wurde er für zwei Sachen schuldig gesprochen und insgesamt wurde er für vier angeklagt. Jetzt aber vor Gericht klarifiziert wurde, dass er für schuldig gesprochen wird, gibt es am 6. Februar nochmal ein genaueres Datum, wo Majors dann damit rechnen kann, dass er bis zu einem ganzen Jahr im Gefängnis landen wird. Ja, das Ganze ist wirklich heavy für den Mann, er ist gebumst. Und es ist auch mega interessant, wie das Ganze danach abgelaufen ist, denn kurz nachdem wirklich dieser Presse-Release rauskam, nachdem bekannt wurde, dass er für schuldig ausgesprochen wurde, hat Marvel gefühlt wirklich in der Sekunde ein Announcement gedroppt, dass sie Jonathan Majors gekündigt haben. Marvel hat also wirklich diese letzten acht Monate die ganze Zeit drauf gewartet, um einfach nur das Go zu bekommen und waren schon perfekt dafür vorbereitet, einfach Goodbye zu dem Mann zu sagen. Was jetzt einfach auch nur noch die richtige Option ist, denn am Ende ist sogar egal, was der Mann jetzt getan hat. Wenn er wirklich jetzt für bis zu ein Jahr in den Knast kommt, dann hätten sie die Rolle sowieso ihm wegnehmen müssen. Ich möchte jetzt hier nicht genau nochmal drauf eingehen, ob es wirklich fair war, was vor Gericht passiert ist, denn dieser Fall ist wirklich absolut komisch, das kann ich euch sagen. Die Beweismittel, die ich mir angeschaut habe, ergeben für mich gar keinen Sinn, wie man da persönlich zu dem Schluss gekommen ist, aber ich gehe da jetzt nicht genauer drauf ein, denn wir sind hier auf dem Kanal nicht da, um Gerichtsentschlüssel auszuwerten, sondern im Endeffekt zu bereden, was für einen Effekt dieses ganze Event auf die Filme und Serien haben wird, die wir ja so lieben. Eine persönliche Meinung, die ich hier aber unbedingt rauslassen muss, ist einfach, dass ich es extrem schade finde, dass das Ganze jetzt so passiert ist, wie es passiert ist, denn ihr habt sicherlich mitbekommen, ich war ein riesiger Fan von Jonathan Majors, nicht nur, weil ich finde, dass er seine Rolle im MCU mega gut gespielt hat und er das Potenzial hatte, wirklich ein fantastischer Antagonist sein zu können, unabgesehen jetzt davon, wie Marvel die ganze Geschichte geschrieben hat, weil das war wirklich gar nicht gut gemacht von Marvel. Ich rede hier wirklich nur über das Können des Schauspielers und abseits dessen ist es auch mega tragisch zu sehen, wie schnell dieser Mann fallen konnte. Denn wenn ihr euch genau in den letzten Jahren der Filmlandschaft umgeschaut habt, dann ist ziemlich schnell aufgefallen, dass Jonathan Majors wirklich wie ein Meteoroid eingeschlagen ist, also wirklich. Links, rechts hat er alle Rollen bekommen, immer wieder eine Bombenrolle nach Bombenrolle geliefert und er war wirklich auf einem Speedrun, einer der größten Stars aller Zeiten, Hollywood zu werden. Und dann, nur wegen dieser einen komischen Aktion, ist alles vorbei. Es ist verrückt manchmal, wie diese Welt funktioniert. Doch was heißt das Ganze jetzt für das MCU? Also schade, dass es jetzt auch für uns ist. Das Ganze ist relativ simpel. Nun kommen wir erstmal zu den offiziellen Dingen, denn Marvel hat anscheinend zwei Dinge getan. Einerseits haben sie Jonathan Majors gekündigt, was heißt, wir haben keinen Kang mehr wirklich im MCU. Andererseits wird gerade auch gemunkelt, dass innerhalb von Marvel Studios Avengers 5 komplett abgeändert wird. Die letzten Monate haben wir schon viele Diskussionen darüber bekommen, dass Marvel Studios Avengers 5 The Kang Dynasty umschreiben möchte, aufgrund eben von Fanrezeptionen, als auch wahrscheinlich wegen dem Risiko, was sie eben mit Jonathan Majors eingegangen sind und weil sie eben nicht wussten, wie das Ganze enden wird. Jetzt soll wohl Avengers The Kang Dynasty offiziell intern auch als Avengers 5 betitelt werden und nicht mal The Kang Dynasty. Man entfernt also wirklich aktiv das Kang-Label, was eben extrem stark impliziert, dass sie einfach keinen Bock mehr auf Kang haben und jetzt in eine komplett neue Richtung mit dem MCU gehen möchten. Und wer kann es ihnen denn bitte verübeln? Wenn ich bin ehrlich mit euch, so sehr ich Kang mag, so sehr ich die ganze Kang-Storyline mag und so sehr ich finde, dass es einfach perfekt in diese ganze Multiverse-Saga passen würde, man muss einfach eingestehen, dass Marvel diese Story einfach unfassbar scheiße aufbereitet hat. Wirklich, abgesehen von dem Stress, den sie mit Jonathan Majors haben und dass Leute den Charakter Kang jetzt auch mit Jonathan Majors assoziieren werden und das eben negative Publicity für das MCU machen würde, sei ich nicht weg gesagt, die Kang-Storyline war kacke. Abgesehen von Loki hat das ganze MCU, die Kang-Storyline einfach nur absolut behindert gehandelt. Es ist wirklich eine Schande, was sie damit getan haben, vor allem, wenn man es mit dem Abbringen von Thanos vergleicht, die wirklich durchgehend wie eine Bedrohung gewirkt hat, die man auch ernst nehmen kann. Man kann fast schon eigentlich die komplette Schuld Ant-Man and the War's Grandomania geben, aber auch abseits von Ant-Man and the War's Grandomania war es nicht klar genug, wie man die Zukunft aufbereitet hat und für viele Zuschauer war es entweder einfach zu verwirrend oder schlichtweg nicht ernst zu nehmen. Jedoch haben wir natürlich das Ende von Loki Season 2 bekommen, was meiner Meinung nach das ganze Problem besser lösen kann und wieder in ein besseres Licht gebracht hat und wenn man möchte, könnte man den Charakter Kang immer noch gut darstellen, sodass er endlich mal wieder ein bisschen Respekt bekommt und Leute ihn wirklich als Antagonist sehen möchten. Ganz ehrlich, Recasting ist kein Problem. Man kann einfach einen anderen Schauspieler diese ganze Rolle geben. Es gibt jetzt schon wieder tausende neue Fanscasts, sei es ein John Boyega, ein Denzel Washington, was ich eigentlich kinda sick fände, aber im Endeffekt wird es einfach das Writing ausmachen. Das MCU wird keinen neuen Thanos aufbauen können, wenn die Writer es einfach nicht ernst nehmen. Und so wird auch der nächste Antagonist ein totaler Fehlschlag werden, wenn man ihn so behandelt wie Kang. Das Problem an Kang war nicht, dass er zu komplex war oder ein uninteressanter Willen ist, ganz im Gegenteil. Er ist eigentlich relativ einfach zu verstehen, als auch einer der coolsten Willens, die man haben kann. Es lag einfach daran, dass man die Geschichte schlecht geschrieben hat und den Charakter schlecht dargestellt hat. Denn nur weil der Charakter in einem Projekt gut wirkt, wie zum Beispiel in Loki, kann man ihn nicht einfach schlecht wirken lassen in anderen Projekten. Der Charakter muss konstant bleiben zwischen jedem Projekt, das ihm erscheint und in dem er eben einen Auftritt hat. Deswegen hat das MCU auch immer diesen konstanten Erfolg. Wir können Filme haben mit einem komplett anderem Thema und einem komplett anderen Ton, aber die Charaktere, die dann dort auftreten, sollten sich selbst treu bleiben. A.K.A. Toil of a Thunder. Das ist der Untergang. Das ist der Untergang Marvel. Wenn ihr recasten möchtet, recastet, aber schreibt die Geschichte endlich wieder gut. Bringt den Respekt zu euren Charakteren zurück, denen diesen gebührt. Das wäre alles, was ich zu der Rückkehr von Kang sagen könnte. Abseits dessen gibt es natürlich etliche weitere Pläne, was man jetzt mit Avengers 5 machen möchte. Und die wussten wir auch schon im Vorhinein. Hier haben wir zwei Top-Contender, basically. Und das wäre einmal Victor Von Doom, von dem ja schon tausende Jahre lang gemunkelt wird, dass er endlich auftreten soll. Und der jetzt einfach ein perfektes Timing hätte, da wir wissen, dass in den nächsten zwei Jahren der Fantastic Four Teil erscheinen wird. Und was wäre da bitte ein besserer Antagonist als Dr. Doom? Und andererseits hätten wir ja noch den Beyonder, der eigentlich mit Dr. Doom in Secret Wars auftreten sollte. Aber ich glaube, Secret Wars wird nochmal besser wirken, wenn man Dr. Doom in den fünften Avengers-Teil einführt und zu einem größeren Willen macht. Und in Secret Wars eben ein neuer, großer Willen erscheint, der eben ein Beyonder ist und Dr. Doom dann eben seine Rolle einnimmt. So wie es eben von den Comics kennt und Dr. Doom eben dieser riesige Big Bad sein wird, den wir eben alle lieben. Kurz gesagt sei also, das MCO ist bei weitem noch nicht verloren. Man muss sich keine Sorgen machen, wie die ganze Story jetzt weitergeführt wird, nur weil Kang draußen ist. Man muss sich Sorgen machen, dass Marvel sich endlich wieder engagiert, gute Writers für ihre Projekte anzuheuern und nicht zuzulassen, dass irgendwelche Director oder Writer ihre Charaktere ruinieren dürfen. Marvel braucht eine ganz klare Integrität und muss ihre Grenzen klar feststellen, wenn sie sehen, einer fambelt ihren Charakter zu sehr und spielt zu sehr goofy mit ihm herum. Also wir werden sehen, was Marvel wieder tun wird. Ich meine, die Community hat es Disney und Marvel Studios schon genug gezeigt, denn die machen gar keine Einnahmen mehr und das letzte Jahr war das schlimmste Jahr, was sie jemals hatten. Im Endeffekt müssen die Storys und die Charaktere wieder gut werden, denn sie haben gesehen, mit dem ganzen Shit, den sie gerade treiben, sei es ihre Woke-Agenda oder ihre Einsicht, dass Marvel-Fans ja eh alles schauen werden, kommen sie ja ganz klar nicht mehr weiter. Das war es aber von mir, Fandos, und der ganzen Geschichte von Kang the Conqueror und Jonathan Majors. Wie gesagt, für mich eine sehr tragische Sache, ich finde es echt schade, dass das Ganze sich so entwickelt hat. Und ansonsten, ja, lasst mir eure Meinung gerne in die Kommentare rüber, würde mich interessieren, wie der Rest von euch wirklich darüber denkt. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abo, um meine zukünftigen Videos nicht mehr zu verpassen, denn es werden noch ein paar richtig geile Videos kommen, auf die ihr lange gewartet habt. Ich arbeite dran, Fandos, versprochen. Passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde mal sagen, love you 3000.